Hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit Hermann, dem kleinen Westfalen Terrier, der das erste Mal in unserem Welpenkurs ist und meiner Wenigkeit Ueli Batschi. Hier möchten wir euch die Arbeit an der Reizangel zeigen und zwar im Gegensatz zu den kleinen Forstehunden, lassen wir jetzt hier den Terrier hetzen, greifen und er kann sich so für eine gute Arbeit selbst belohnen, indem dass er packen darf. Wir führen dann den Hund zu uns, also es gibt eine Gehorsamsgeschichte, können so das hier fördern und der Kampf geht bei uns selber weiter, so hat der Hund auch Spass und es gefällt ihm. Wenn euch unsere kleinen Videos gefallen, freut uns natürlich ein Abo riesig und die Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr kein Filmchen mehr. In dem Sinn hoffen wir natürlich, dass euch diese Filmchen was bringen. Macht's gut, viel Spass beim Umsetzen, bleibt gesund und schön negativ. Tschüssi! so